Kuh-Tahn-Immobilien, meine Nummer 1 in Mannheim, Ludwigshafen, Bad Dürkheim und Frankenthal. Kuh-Tahn-Immobilien. Am Mittwoch, den 3.07.2019 kam es gegen 20.35 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn in der Rhein-Gönheimer Straße im Ludwigshafener Stadtteil Mundenheim. Glücklicherweise gab es keine Verletzten zu beklagen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und des Abschleppens des Pkw musste der Teilabschnitt der Rhein-Gönheimer Straße in Fahrtrichtung Rhein-Gönheim gesperrt werden. Dadurch kam es zu Verzögerungen im öffentlichen Personennahverkehr. Im Einsatz waren Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr, Abschleppdienst und die RNV.